moin pyrus zu später stunde habe ich für euch noch mal ein prospekt es ist müller diesmal ist es der richtige von 2020 nicht 2019 ja hier mein türkenfreund der hat auch wieder keine besseren sorgen als um halb drei morgens zu spielen wir fangen direkt an mit dem ja was nehmen wir denn ja feuerwerkbatterien wir haben hier die hero für 10 euro daneben haben wir den zweiten für 899 colored beams für 499 das pyro quintet meiner meinung nach ein bisschen zu teuer für 1299 die crazy whistler 399 die butterfly für 499 die extreme speed für 599 da würde ich dann die mitnehmen statt diesen power-up boxen von wie heißen sie gleich von veco dann haben wir hier eine funky monkey i love unicorns für den 10er ja die profi line 400 ne 240 für 599 kann man auch jeden fall noch mal mitnehmen gibt es aber auch teilweise günstige angeboten ja verbund skywacer 3499 penalty fängt langsam an kommt dann aber mit zerlegern und ja ganz schön effekten aber meiner meinung nach bisschen zu teuer unicorn impressions dann haben wir die eclipse für 1699 ist an sich eine coole batze mir persönlich gefällt sie ist aber für den preis zu viel supernova für 80 euro dragon hart für 60 night attack 119 120 auf 100 midnight special für 20 stern schnuppe für 499 eine fontäne joker 299 das ist besonderes lasst liegen overload 299 den skywacer verbund für 3499 den home 1 2 ja ihr habt ihr größtenteils diese kometen night dreams 10 2699 absolut zu teuer dann ninja 9 99 ja alles ist meiner meinung nach nichts so besonderes klar der ein oder andere von euch der findet die teile vielleicht geil aber das ist wie immer meine persönliche meinung wir kommen aus den feuerwerksbatterien gehen erstmal weiter in effekte zum staunen wählen wir mal aus performance vulkan 399 fireflyer und turbowirbel ja spreche ich für beides eine empfehlung aus für den turbowirbel muss jeder selber gucken ob er für zwei stücke 249 zahlen würde weil die gibt es doch deutlich günstiger ja heaven and tell ja sind halt rikane nicht so meins dann haben wir hier zwei sets die ich persönlich zu teuer finde einmal das lichterfest für 97 und das colors of the world ja dann haben wir auch römisches licht für 2,49 euro ja das war es ja von der seite schon nicht ganz so besondere sachen gehen wir mal meine lieblingsabteilung die raketen wir haben wir hier das profi power ähnlich wie das srs 9 bzw metalhead ja kann man an sich einmal mitnehmen klar es gibt das auch günstiger definitiv das habe ich auch schon für unter den 10er gesehen aber wer die unbedingt mal testen wird die raketen kann sich das mitnehmen eine kaufempfehlung wiederum sind die ringbomben das ist richtig geil also schaut euch definitiv ein video an und wenn es euch gefallen nehmt ihr auf jeden fall mehrmals mit richtig krass eine empfehlung spreche ich ebenfalls für das lightspeed aus ihr habt hier zeleger ja doch raketen sind das 21 stück was das hier diese kleinen seitefläche sind das weiß ich nicht aber das alles andere da die burst zum beispiel sind mit zeleger und die sind auch für nico raketen wie immer halt richtig cool keine kaufempfehlung für die wunschrakete ja ihr kriegt die in anderen läden für einen euro weniger und im endeffekt ist das eine ganz stinknormale rakete wo ihr einen kleinen zettel habt wo ihr was draufschreiben könnt irgendeinen wunsch oder was auch immer ja klar wer sie haben will kann sich mitnehmen dann was auch jeder für sich entscheiden muss sind die goldraketen für 9,99 euro ich persönlich werde sie mir einmal mitnehmen wieder ja da ist es mal eine abwechslung zu den nico raketen weko raketen nicht nico ja auch zweifach sortiert schöne goldraketen dann was zu teuer ist ist the big surprise ihr habt hier raketen kat 1 hier um sind knallärbsen spacebombs also dann diese kleinen runden dinger da powerboys genau hier eine röli batterie quattrofontäne k.o schläge und so weiter ja ist zu teuer dann worüber man nachdenken könntest eventuell zu kaufen ist das power mix ihr habt hier zwei vier sechs acht zehn raketen glaube ich wenn ich nicht verzählt habe zwei große vögel ja ein bisschen kat 1 wieder paar wunderkerzen noch ja paar fontänen böller eine quattrofontäne ja kaufe empfehlung an sich würde ich dann für dieses set graffiti oder wie man es aussprechen mag zwei vier sechs sieben raketen pro rakete kann man wie immer ein euro rechnen ja dann haben wir ein bisschen kat 1 spaceballs und ein paar böller ja so an sich vom preis leistungsverhältnis ist das eigentlich das beste set hier muss ich ehrlich sagen gehen wir in die kategorie ja machen wir ganz schnell mal die jugendartikel da werde ich aber nicht so wirklich darauf eingehen ja die spaceballs die kann man sich mal mitnehmen hier ein bisschen tischfeuerwerk wachs gießen was ich nur als bleigießen kenne ja definitiv kann man sich das mitnehmen es ist einfach tradition diverse knallbonbons tischfonteen huambe in the jungle sieht ganz niedlich aus mit den tierchen ja dann hier drei sets die ich alle stehen lassen würde weil hier überall wieder diese ekligen knallerbsen drin sind ja weitere tischbombetten partyartikel hier noch mal für die die nicht genug knallerbsen kriegen können 3er blister ja genau dann gehen wir in die letzte artikel ja genau die letzten artikel in die letzte kategorie das sind die china knaller bzw china böller wir haben hier ein china böller d schinken ja nico böller sind eigentlich bei mir immer super gewesen jedoch in 6,99 schon echt hoch angesetzt den gibt es auf jeden fall auch deutlich günstiger aber wer sonst nicht an die rand kommt oder irgendwie keine chance hat an andere schinken ranzukommen aber unbedingt böller schinken haben will der kann sich die mitnehmen ich persönlich finde die nico böller immer am besten super böller 2 ja geht das gleiche wie für die china böller d knallcube definitiv liegen lassen ihr habt hier ein paar ko schläge canonis oder kubis paar d böller super böller und paar quacker gleich geht für world of thunder super böller riesen china böller cracker und das sind diese paket matten da bin ich so sicher man kann auch noch leider nichts groß machen und zu guter letzt und als letzten artikel haben wir das six pack ja das sind kanonschläge von nico wie man sie schon sieht ja die kann man wenn man kubi test machen will ich habe auch vor eins zu machen werde mir die dann auf jeden fall mitnehmen klar die sind viel zu teuer an sich aber vielleicht sind die ja super ich hatte sie persönlich noch nicht ja weil wenn das mal runter rechnen ist dann bekommst du für den preis schon zwei sechser packs kanonenschläge bei wie heißen sie lidl ja aber wie gesagt werden test machen wir kann sich die einmal mitnehmen vielleicht kriegt er dir auch irgendwo günstiger wer weiß ja dann bedanke ich mich an der stelle auf jeden fall fürs zusehen danke dass du dabei warst und ich würde mich freuen oder vielmehr ich freue mich wenn du meinen kanal abonnierst wenn du mir eine bewertung da lässt wenn du einen kommentar schreibst oder irgendein anderes prospekt sogar noch vorschlägst vielleicht schreibst du dir auch unter was dir gefallen hat wir sehen uns im nächsten video wieder bis dahin ciao und gute nacht